Hallo und herzlich willkommen bei 10xTrading. Im heutigen Video sprechen wir über wichtige Makrodaten und dann analysieren wir im Detail die Indizes und den Bitcoin und gehen auf wichtige Supports ein, die jetzt halten müssen. Wir beginnen das heutige Video mit einigen Grafiken und Makrodaten und blicken zuerst auf Smart Money versus Dumb Money. Da haben wir in der Korrektur jetzt zuletzt das gewohnte Bild gesehen. Fallende Kurse lösen eher Angst aus bei den Kleinanlegern, während sie eher Zuversicht auslösen bei den institutionellen Anlegern. Das haben uns auch die entsprechenden Geldflüsse hier gezeigt. Die institutionellen haben reingekauft in die fallenden Kurse, während die Kleinanleger eher verkauft haben. Jetzt sehen wir den Markt an der 200-Tage-Linie und wir sehen jetzt hier eine kleine Seitwärtsphase in beiden Lagern. Man schaut sich sozusagen, könnte man sagen, die Situation ist gerade von der Seitenlinie aus an. Ich glaube, wir können hier so eine kleine Indikation rausziehen, wie lange wir es mit einem übergeordneten Aufwärtstrend zu tun haben und ab welchem Zeitpunkt wir, was diese Grafik angeht, wieder von einem Bärenmarkt sprechen müssen. Falls wir sehen, dass das Zuversichtslevel der institutionellen Anleger wieder über das der Kleinanleger drüber springen sollte, ich denke, ab dem Zeitpunkt sollten wir sehr vorsichtig werden. Weil das eben das Verhalten war, was wir im Jahr 2022 übergeordnet immer wieder gesehen haben im aktiven Abwärtstrend. Als die Kleinanleger zu zuversichtlich wurden, zuversichtlicher wurden als die institutionellen Anleger, war das eben übergeordnet ein großes Warnsignal. Und genau darauf müssen wir eben jetzt auch achten. Der Markt ist jetzt angekommen, wie du hier siehst, im mittelfristigen Risikolevel. Oben den S&P 500 mit seiner 200-Tage-Linie. An der wichtigen 200-Tage-Linie ist erfolgt jetzt gerade der Backtest. Unten siehst du, das mittelfristige Risikolevel kommt jetzt auch zurück. Von den Extremwerten 8 und 9 sind wir jetzt bei 6. Du siehst den gleitenden Durchschnitt. Den haben wir durchaus in den oberen Bereich gezogen. Und das erinnert sehr stark an die Situation, wie wir sie 2020 nach dem Boden im Markt erlebt haben. Und es wird jetzt eben sehr kritisch sein. Und darüber sprechen wir heute im Detail, vor allen Dingen auch in einem neuen Szenario bei den Live-Charts im S&P 500, wo diese kritischen Supports sind und unter welche Marke der S&P 500 tunlichst nicht fallen sollte. Das kurzfristige Risikolevel im S&P 500 hat sich im Rahmen der Korrektur durchaus entspannt. Da waren wir zuvor auch einige Tage, fast Wochen, bei 8 angekommen. Jetzt sind wir hier sogar im Tief bei 3 gewesen, befinden uns jetzt aktuell bei 5. Das heißt, du siehst, die Korrektur hat durchaus viel Risiko aus dem Markt rausgenommen. Was wir allerdings hier noch nicht gesehen haben, was wir unter anderem auch gesehen hatten bei der Korrektur Ende Dezember, Anfang Januar. Das war so ein harter Dip nochmal runter auf den überverkauften Bereich im kurzfristigen Risikolevel. Das kann uns durchaus noch bevorstehen. Und auf so ein Szenario komme ich wie gesagt heute bei den Live-Charts zu sprechen. Und ein Szenario, in dem wir jetzt nochmal vor etwas mehr Volatilität stehen, würde auch gut in die Saisonalität passen als S&P 500, wie du hier siehst. Ab Mitte Februar wird es gerne etwas ruppig an den Märkten erleben wir gerade. Und dann im März gibt es eben nochmal so einen gewissen Rutscher, wenn wir uns auf die Saisonalität verlassen. Das haben wir sogar letztes Jahr in dieser Form gesehen, bis dann eben Anfang März ein Boden gefunden wurde, der dann zu einer der schärfsten Bärenmarkt-Rallys des Jahres geführt hat, nämlich die, die dann von März bis April stattgefunden hat. Also wir haben sogar letztes Jahr gesehen, dass sich diese Saisonalität ausgespielt hat. Aktuell sind wir jetzt mitten in dieser Saisonalität und ich bin eben sehr gespannt, ob wir dann so Anfang, Mitte März die Bodenbildung hier abschließen können. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und wer uns ja seit geraumer Zeit jetzt schon warnt vor kommender Volatilität, ist der Anleihenmarkt. Du siehst hier das Gap zwischen dem Nasdaq 100 und den 10-jährigen Staatsanleihen, der Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihen. Wir wissen ja, die geht aktuell auf sehr hohem Niveau seitwärts. Die Staatsanleihenverzinsung ist gemeint bei circa 3,9 bis 3,95 Prozent. Und wenn wir uns hier die Korrelation anschauen zum Nasdaq 100, dann sehen wir hier eine gewaltige Lücke. Und der Anleihenmarkt signalisiert uns, dass der S&P 500 zum aktuellen Zeitpunkt mit der Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe ebenso bei circa 11.000 Punkten stehen sollte. Und da scheiden sich jetzt eben auch gerade die Geister, welcher dieser beiden Märkte richtig liegt. Der Anleihenmarkt, der sozusagen dem Aktienmarkt signalisiert, dass er im Angesicht einer scharfen Fett, die die Zinsen jetzt vielleicht noch höher anheben will, als wir es aktuell antizipieren, viel zu hoch steht. Oder der Aktienmarkt, der eben hier den Bluff wittert, der Fett, dass sie eben die Zinsen am Ende dann doch nicht so hoch anheben wird. Was wir hier sehen, ist der Move-Index, also der Volatilitätsindex auf den Anleihenmarkt. Und wir wissen ja, der steigt in letzter Zeit wieder stark an. Die Angst am Anleihenmarkt steigt. Und da muss man sagen, der S&P 500, der reagiert jetzt gut drauf. Also wir sehen jetzt eine Korrektur beim S&P 500, während wir sehen, dass die Angst am Anleihenmarkt ansteigt. Und die große Frage ist jetzt eben hier, haben wir aktuell Zinsen auf die Anleihen, die gerechtfertigt sind? Dann hat der Aktienmarkt potenziell wirklich noch mehr Korrekturbedarf. Oder werden wir in den nächsten Tagen und Wochen eben sehen, dass sich der Anleihenmarkt wieder beruhigen wird und die Anleihenzinsen entsprechend etwas runterkommen. Wenn wir aber von dem Thema sprechen, dass die US-Aktienmärkte aktuell einen Anleihenmarkt ignorieren, der durch hohe Zinsen anzeigt, dass der Aktienmarkt tiefer stehen sollte, dann schauen wir uns bitte mal das Gap an zwischen dem Eurostoxx 50 und der Verzinsung der deutschen 10-jährigen Staatsanleihe, die jetzt bei circa 2,53% notiert. Wir haben aktuell einen Eurostoxx, der bei 4.200 Punkten steht. Und wenn wir uns hier angleichen würden, der Verzinsung der deutschen 10-jährigen Staatsanleihe, müsste der Eurostoxx hier bei etwa 3.200 Punkten stehen. Du siehst also, dass die globalen Aktienmärkte derzeit eine scharfe Wette halten gegen die Notenbanken dieser Welt, dass sie es eben mit ihrer engen Geldpolitik doch nicht so ernst meinen, wie sie es aktuell vorgeben. Und man muss sagen, die Aktienmärkte haben hier auch was in der Hand. Du siehst hier in blau die Liquidität der fünf großen Zentralbanken und in rot siehst du den MSCI All-Country-World-Index. Und darüber sprechen wir auch schon seit einigen Tagen. Und ich habe jetzt auch den Chart bei TradingView, mit dem wir uns ganz genau die globale Liquidität anschauen können. Wir sehen, dass die im September nach natürlich einem scharfen Abfall im Jahr 2022, da wurde Liquidität entzogen. Keine Frage. Aber im September letzten Jahres kann man eindeutig sehen, dass die Liquidität ihren Boden erreicht hat und dass wir seitdem auch wieder sogar relativ stark ansteigende Liquidität sind. Das liegt natürlich in erster Linie an der Bank of Japan und natürlich an der People's Bank of China. Und da müssen wir jetzt ganz genau darauf achten. Japan hat jetzt schon angekündigt, dass man hier aus dieser expansiven Geldpolitik rausgehen wird. Und die große Frage ist jetzt eben, wird China weitermachen mit lockerer Geldpolitik? Wird man seitens China weiter Liquidität ins System pumpen oder kippt jetzt die Liquidität wieder weg? Und dann würden natürlich auch die Aktienmärkte mit korrigieren. Wir sehen also, wir sind mit einer Situation konfrontiert, wo wir vor allen Dingen jetzt auf die kommenden Quartale schauen müssen, wie sich die Notenbanken verhalten und wie sich natürlich auch China verhält. Und kommende Quartale ist auch das Stichwort, wenn es zum Thema Berichtssaison kommt. Die aktuelle Berichtssaison ist durchaus freundlich, was allerdings auch dazu führen wird, dass die Analysten jetzt die Ziele anheben. Und wir hören jetzt auch schon von den ersten Unternehmen eben Warnungen für die kommenden Quartale, weil eben die Kosten für die Unternehmen steigen. Und das ist eben dann die große Frage, inwieweit sich das auf die Gewinnmargen auswirken wird. Wir haben gestern nachbörstlich gesehen die Zahlen von Oxy und Zoom. Oxy hat leicht enttäuscht bei den Zahlen. Zoom hat gute Zahlen geliefert. Aktie war initial auch im Plus, hat jetzt aber die Gewinne wieder nahezu komplett abgegeben zum aktuellen Zeitpunkt. Hat auch natürlich das Gap geschlossen, was man gestern nachbörstlich geöffnet hatte. Heute vorbörstlich gab es die Zahlen von Target. Nachbörstlich schauen wir auf Rivian und AMC. Morgen gibt es vorbörstlich dann die Zahlen von NIO. Bin ich sehr gespannt. Aktie stark überverkauft zum aktuellen Zeitpunkt. Ich bin gespannt, ob das ein Erholungsbefreiungsschlag wird morgen die Earnings oder ob die Aktie dann wirklich unter die entscheidenden Supports bricht. Nachbörstlich schauen wir morgen dann unter anderem auf Salesforce. Und am Donnerstag gibt es unter anderem die Zahlen von Macy's. Vorbörstlich, nachbörstlich dann die Zahlen von Costco und C3 AI. Mit 65% der Unternehmen, die die Erwartungen der Wallstreet schlagen können, ist es eine durchschnittliche Earnings-Season. Es ist keine gute Earnings-Season, da wollen wir deutlich über 70% sehen. Aber man könnte sagen, es hätte auch deutlich schlimmer kommen können. 1378 Unternehmen konnten die Erwartungen der Wallstreet schlagen, während 739 daran gescheitert sind. Wir kommen zum Wirtschaftskalender. Heute gab es das CB-Verbrauchervertrauen. Es hat sich überraschend stark eingetrübt. Die Prognose lag bei 108,5. Der Vormonat lag bei 106 und die Meldung war bei 102,9. Also ihr seht, bei den Konsumenten beginnt es jetzt langsam aber sicher zu bröckeln. Das ist natürlich auch wieder ein Anzeichen, dass wir potenziell vor einer Rezession sprechen. Wir sprechen heute auch bei den Live-Chats noch über den weiteren Indikator, der jetzt langsam aber sicher beginnt anzuschlagen. Morgen gibt es Einkaufsmanager-Indizes, könnte man sagen, aus aller Welt. China, Deutschland und Vereinigte Staaten jeweils im verarbeitenden Gewerbe. Wir haben noch die Veränderung der Arbeitslosigkeit aus Deutschland und den Verbraucherpreisindex ebenfalls aus Deutschland. Und am Donnerstag gibt es den Verbraucherpreisindex aus der Eurozone, das EZB-Sitzungsprotokoll und die wichtigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den Vereinigten Staaten. Und am Freitag gibt es einen weiteren Einkaufsmanager-Index, nämlich den aus den Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Wir kommen zum Sentiment. Der Fear & Greed Index steht nach wie vor bei 62. Das heißt, der S&P 500 ist jetzt hier aktuell immer noch im Umfeld der Gear unterwegs. Die aktuelle YouTube-Umfrage, bei der bereits mehr als 820 Leute abgestimmt haben, steht wieder bei 49% von euch sind aktuell bärisch. Dem Markt gegenüber 22% sind neutral und 29% sind bullisch. Also wieder ein sehr bärisches Abstimmungsergebnis. Und jetzt möchte ich es mal wissen, schreibt mir in die Kommentare, ihr seid alle bärisch, aber wie hoch ist aktuell eure Cashquote? Und mit dem Kommentar kannst du natürlich auch wieder die Reichweite des Videos deutlich erhöhen. Und deutlich erhöht hat sich auch die Angst der Marktteilnehmer vor einer hawkischen FED. Mittlerweile sind ganze 26%, also mehr als jeder Vierte der Meinung, dass die FED die Zinsen am 22. März um ganze 50 Basispunkte anheben wird. 73,8% denken weiterhin, es bleibt bei 25. Damit kommen wir zur Chartanalyse und die beginnen wir mit dem Blick auf die Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe. Und da muss man sagen, das sind schon durchaus eindeutige Signale aktuell. Wir haben jetzt multiple Tageskerzen, die im Bereich um die 4% Verkaufsdruck anzeigen. Wenn wir uns den MACD anschauen, dann kann man hier auch argumentieren, dass wir durchaus eine bärische Divergenz haben. Also wir haben aktuell weniger starkes Momentum, aber ein höheres Hoch als zuletzt Ende Dezember. Ich möchte mich jetzt hier noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Man muss sich die Situation jetzt hier wirklich anschauen, insbesondere solange die 10-jährige Verzinsung, die Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe hier über 3,9% liegt, ist das hier durchaus eine Gefahrenzone. Aber es sieht mir schon danach aus, dass wir hier aktuell möglicherweise eine Situation erleben, wo sie nicht über 4% ausbrechen wird. Dennoch habe ich diesen Bären nach wie vor natürlich aus vollem Grund über den 4%, weil wenn wir hier den Ausbruch sehen aus den 4%, vor allen Dingen nachdem sich jetzt hier viel Druck angestaut hat am Anleihenmarkt, dann kommt es meines Erachtens nochmal zu einer Kapitulation und dann werden auch die Aktienmärkte scharf abverkaufen. Aber haben wir das bitte auf dem Zettel. Die Anleihenmärkte haben hier extrem stark eingepreist wieder Zinsen und jetzt sehen wir hier genau am Kernwiderstand seit einigen Tagen Verkaufsdruck. Das nimmt jetzt keine Gefahr von der Situation, wenn wir über 4% ausbrechen. Wie gesagt, das wäre höchst kritisch, aber aktuell ist es durchaus hier so, dass man mit dem Gedanken spielen kann, ist hier nicht wirklich ganz starker Widerstand und werden die Zinsen der 10-Jährigen möglicherweise doch nicht über 4% ausbrechen. Preissalarme deswegen in den Bereich unter 3,9%, unter 3,85%. Dann muss man wirklich sagen, dann hätten wir zumindest kurzfristig Entwarnung und die Zinsen würden hier abkorrigieren, meines Erachtens zumindest mal wieder einen 25-Basispunkte-Schritt runter in den Bereich von 3,75%. Und auch die Verzinsung der zweijährigen Staatsanleihe schauen wir uns heute mal wieder an im Video. Schaut mal an, wie die nach oben kapituliert hat seit Anfang Februar. Hier hat der Anleihenmarkt auch über 20% sogar eingepreist. Von einem Tief kommen wir hier von exakt 4% an ein Hoch von 4,8%. Und das ist jetzt hier ein ganz knapp tieferes Hoch als das übergeordnet letzte Verlaufshoch. Hier hatten wir am 4. November diese Kapitulation eben auch in dem Bereich 4,88%. Jetzt war hier das Verlaufshoch bei 4,85%. Müssen wir jetzt genau beobachten. Klar, natürlich muss man das auf den Zettel haben. Hier neue Ausbrüche über 5% bei der Zweijährigen. Das wäre definitiv wieder Krisengebiet, Bärenmarktgebiet, keine Frage. Aber hier auch deutliche Indikationen. Vor allen Dingen, wir sehen jetzt hier auch, die Zweijährige ist durchaus überkauft im RSI. Haben wir das so ein bisschen auf dem Zettel. Preisalarme deutlich unter 4,75%. Wenn wir sehen, dass hier eine Erholung ansteht, dann hat die auch durchaus mehr Downside-Potenzial. 3%. Möglicherweise gehen wir hier sogar runter auf 4,5%. Dann wären zum aktuellen Zeitpunkt sogar knapp 6% Downside. Und das wäre natürlich dann gut, wenn du dich am Anfang an die Grafik erinnerst. Nasdaq gegen Anleihenmärkte. Es muss nicht sein, dass die Aktienmärkte wieder kollabieren. Es kann wie gesagt auch sein, dass sich die Anleihenmärkte beruhigen und demnach Geld in die Anleihenmärkte fließt und das eben die Zinsen runterbringt. Und Anleihenmärkte, die sich beruhigen, ist das Stichwort, bevor wir uns den TLT und den HYG ETF anschauen, also die ETFs aus die Langlaufenden und auf die Schrottanleihen, schauen wir uns hier den Volatilitätsindex am Anleihenmarkt an. Und wir sehen, dass sich der Move-Index jetzt hier stark aufgeschaukelt hat. Auch der seit Beginn vom Februar 26% im Plus. Wir sehen jetzt hier die 200-Tage-Linie und da sprechen wir auch schon seit einigen Tagen drüber. Preisalarme beim Move-Index deutlich über 125. Ich würde mich festlegen, wenn wir hier richtige Eskalation, richtige Panik nochmal erleben, wie wir sie eben im Oktober gesehen haben, wo die Märkte, die Aktienmärkte ihren Boden gefunden hatten, eben wo der Move-Index das top gesehen hat. Das passt wunderbar zusammen. Dann müssen wir uns mit einer schärferen Korrektur am Aktienmarkt auseinandersetzen. Aber auch hier sehen wir jetzt eben aktuell, hier hält noch die 200-Tage-Linie. Wir haben jetzt hier auch einen starken Anstieg erlebt und zumindest ein Rücksetzer auf diesen Trend wirkt hier denkbar. Und das wäre natürlich kurzfristig, würde das signalisieren, dass sich die Aktien- und Anleihenmärkte entspannen können. Richtige Entwarnung, muss man aber auch klar, völlig klar sagen, die können wir erst wieder geben, wenn wir hier unter diesen Trend brechen und sich dann der Move-Index eben aufmacht in Richtung der 52-Wochen-Tiefs. Wir blicken auf unsere hochverzinslichen Risikoanleihen HYG und wir wissen ja, das ist wie unser Fieber-Thermometer. Wenn wir sehen wollen, dass die Aktienmärkte steigen, brauchen wir eben auch Hochrisikoanleihen, die mitsteigen und wir bekommen hier ein interessantes Signal. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder über diesen Aufwärtstrend gesprochen. Hier auch 13. Oktober das Tief im Markt. Du siehst, wie herrlich das korreliert. Wir hatten den Fakedown, muss man zum aktuellen Zeitpunkt sagen, drunter. Und jetzt siehst du, HYG holt sich hier diesen Aufwärtstrend aktuell wieder zurück. Deswegen Preisalarme auf diese horizontale Linie bei ca. 74, 80, 75 US-Dollar. Wenn wir hier die Bewegung jetzt bekommen, dass HYG ausbricht, dann gibt es nochmal eine Erholungsbewegung. Dann steigen wir nochmal übergeordnet an diesen Abwärtstrend. Und das ist dann eben auch der Punkt, wo sich die Aktienmärkte von diesen aktuellen Supports etwas absetzen können. Sehr spannende Situation. Was wir natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sehen wollen, ist eben das Pattern Impuls zur Downside. Jetzt korrektiv, wenn du hier abprallst, dann gibt es einen weiteren Impuls zur Downside und damit auch eine schärfere Korrektur bei den Aktien. Und auch TLT geht zeitwärts am wichtigen Support, unser ETF auf die langlaufenden US-Staatsanleihen, den viele ja aktuell auch im Depot haben aus Diversifizierungsgründen. Ist das durchaus auch eine interessante Geschichte. Wir sind jetzt hier angekommen, eben bei dem Kernsupport erhalten muss. Und das wird auch ein wichtiges Signal sein, ob die Aktienmärkte das aktuelle Level halten oder ob es eben doch nochmal eine Stufe tiefer geht bei der Korrektur. Wenn Panik aufkommt am Anleihenmarkt, wenn wir sehen, dass der Move-Index aus seiner 200-Tage-Linie deutlich ausbricht, wo wir vorher darüber gesprochen haben, dann wird TLT diesen Support hier nicht halten können. Aber habt das bitte auf dem Zettel auch als Indikator für den breiten Markt. Die langlaufenden US-Staatsanleihen, TLT, sind hier am Support. Und wenn wir natürlich sehen, dass das hier halten kann, kann dieser Chart auch wieder ans Top dieser Range ranlaufen, was dann durchaus hier Potenzial wäre für eine Rallye zwischen 4 und 8 Prozent. Und das wäre natürlich Erholung auf breiter Front. Und ich hatte dir eingangs gesagt, dass wir heute bei den Live-Charts über einen Indikator sprechen, der in der Vergangenheit sehr gut eine Rezession angezeigt hat, dass sie eben kurz bevor steht. Wir wissen ja, jeder spricht über die Zinskurven, dass die Invertierung eine Frühindikation ist. Aber ich habe letztens einen Analysten, den ich sehr schätze, Lance Roberts, über das Thema sprechen hören, dass wenn du siehst, dass zwischen der 3-Monats- und der 10-jährigen Staatsanleihe die Invertierung ihren Boden findet. Und das könnte hier im Januar jetzt der Fall gewesen sein bei 135 Basispunkte Invertierung. Wenn wir mal zurückblicken in die Vergangenheit, im Jahr 2000 war die mit 86 Basispunkten invertiert. Im Jahr 2008 waren es circa 56 Basispunkte und jetzt zuletzt im Januar 2023 waren es ganze 135 Basispunkte Invertierung. Also das könnte anzeigen, dass potenziell die Rezession auch durchaus schärfer wird, die uns bevorsteht. Auf jeden Fall, wenn wir sehen, dass der Boden drin ist bei der Invertierung, waren es in der Vergangenheit zwischen sechs bis neun Monate, bis die Rezession dann final da war. Und es wäre natürlich schon so ein gewisses Maximum-Paint-Szenario, wenn sich die Märkte jetzt noch einige Wochen oder gar Monate entspannt bewegen könnten. Und dann, wenn wirklich niemand mehr damit rechnet, ist es in der Regel eben so weit, dass es kracht. Ist aber ein Szenario, was wir auf dem Kanal definitiv vor allen Dingen mit Fortschreiten der potenziellen Rallye auf dem Zettel haben werden. Was wir hier sehen, ist der Volatilitätsindex, der sich jetzt aufmacht zum wichtigen Level von 20. Müssen wir auch beobachten, hier ist die 20-Tage-Linie. Hier wäre dann dieses Gap geschlossen. Und du weißt, saisonal gesehen steht jetzt durchaus nochmal eine etwas volatilere Phase bevor. Also wenn wir hier, ich habe auch meine Preissalarme bei 20. Aber wenn wir sehen, dass der Markt hier nicht runterfallen kann, dass der Volatilitätsindex nicht unter 20 fallen kann, dann müssen wir uns potenziell eben nochmal mit einem etwas schärferen Dip auseinandersetzen. Und dieser etwas schärfere Dip könnte in etwa so aussehen. Ich habe hier mal ein Szenario vorbereitet und zwar sehen wir hier diese Trendlinie im S&P 500. Begonnen hat sie im September und November 2020. Übrigens, die Apple-Aktie hat genau die gleiche Trendlinie. Danach haben wir Support gefunden im Juni 2022. Auch Ende Dezember, Anfang Januar diese Korrektur diesen Jahres, die wir gesehen haben, hat genau Support gefunden auf dieser Trendlinie. Und das 52-Wochen-Tief sehen wir hier eben als Kapitulation unter diese Trendlinie. Und wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, dann ist es hier durchaus denkbar, dass der S&P 500 in einer etwas schärferen Korrektur jetzt Anfang März auch unter seine 200-Tage-Linie bricht. Und hier bei einem Backtest den übergeordneten Abwärtstrend aus 2022 und diesen Aufwärtstrend seit 2020 als Support testet und sich dann hier durchaus scharf erholen könnte. Und man kann sich vorstellen, was das hier für ein Schreckmoment wäre für den Markt, wenn der S&P 500 hier erstmal nochmal 3% unter seine 200-Tage-Linie fällt. Ich denke, das wäre auch vor allen Dingen für viele Kleinanleger der Moment, wo Sie hier sagen würden, nein, wir kapitulieren, wir sind wieder zurück im Bernmarkt. Und da müssen wir eben ganz genau darauf achten, dass wir das zu diesem Zeitpunkt meines Erachtens noch nicht wären. Vor allen Dingen, weil wir uns dann hier auch zu den Januar-Tiefs ein höheres Tief abholen würden. Wo ich mich aber auch definitiv ganz klar dazu äußere, ist, wenn diese Trendlinie bricht, dann bekommen wir vermutlich eine Kapitulation, weil das dann definitiv der Blick zurück oder der Bruch zurück wäre in den übergeordneten Abwärtstrend. Und ab diesem Zeitpunkt würde es meines Erachtens mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit kommen zu einem Backtest, der 52 Wochen tief ist bei 3.500 Punkte. Und im übergeordneten Bild wissen wir auch, das absolute Maximum-Schmerz-Szenario oder das absolute Crash-Szenario, was ja auch von vielen Großbanken ausgerufen wird, ist hier ein S&P 500 bei 3.200 Punkte. Und auch das wäre von diesem Zeitpunkt aus dann durchaus denkbar, weil das Kursziel zur Downside, die Extensions wären dann genau in diesem Bereich. Sind wir also bitte, ganz wichtig, auf diesem Kanal, auf dieses Szenario vorbereitet. Anfang März gibt es gerne nochmal Volatilität. Und falls wir dieses Szenario bekommen, ist meines Erachtens kein Grund zur Panik, bis der S&P 500 deutlich unter 3.850 Punkte bricht. Jetzt schauen wir uns den S&P 500 aber auch noch im 4-Stunden-Charter. Du siehst hier den Aufwärtstrend seit den Oktober-Tiefs. Du siehst hier den flachen Aufwärtstrend ins Bild kommen. Das ist der, den wir uns gerade im letzten Clip angeschaut haben. Und jetzt schauen wir uns insbesondere diese letzte Bewegung an, eben seit der Konsolidierung im Januar. Da haben wir auch übergeordnet. Beide Trends wunderschön als Support getestet. Sind jetzt hier durch den steileren der beiden, also durch den, der im Oktober sein Tief gefunden hat, zuerst durchgebrochen. Jetzt versucht der S&P 500 hier drüber zu steigen. Und das öffnet jetzt zwei mögliche Szenarien. Wir können hier natürlich jetzt die erste Abwärtswelle gesehen haben. Erholen uns jetzt hier. Hier oben läuft in etwa auch die 20-Tage-Linie so bei 4.080 Punkte. 4.100 Punkte ist ein extrem wichtiges horizontales Level. Wenn er hier ausbricht, kann die Rallye direkt nochmal fortgesetzt werden und die Kursziele lauten dann eben wie gehabt. Erstmal potenzielles Doppeltop natürlich, aber wenn wir ausbrechen 4.300 Punkte. Aber von hier könnte er natürlich dann hier diese Abwärtswelle starten, über die wir gerade gesprochen haben. Wo das Kursziel dann in etwa liegen würde bei 3.855 Punkte. Was dann auch übergeordnet hier ein knapp höheres Tiefe als die Januar-Tiefs. Also charttechnisch wäre hier alles in Ordnung. Was man aber sagen muss ist, wenn wir diese Bewegung sehen sollten im weiteren Verlauf, dass er hier durchbricht durch diesen flacheren der beiden Aufwärtstrends, eben den aus dem Jahr 2020 und dann hier vor allen Dingen die 3.855 Punkte, die ja die Schwelle zum Bärenmarkt sind, wo wir seit dem All-Time-Health mehr als 20 Prozent verlieren. Wenn wir diese Bewegung sehen sollten, wäre hier der Zeitpunkt gekommen, den Markt zu verlassen. Und deswegen war es so wichtig, kaufe Supports, nämlich die 200-Tage-Linie, weil dann eben deine Reißleine sehr, sehr kurz ist im Vergleich zu denen, die eben am Top in den Markt gesprungen sind. Also wir dürfen dieses Szenario, dass der S&P 500 hier wirklich unter die 3.855 Punkte bricht, nicht gänzlich ausschließen. Aber aktuell muss ich ehrlich sagen, ist es nicht mein Primärszenario. Welches Szenario ich aber durchaus für denkbar halte, ist, dass wir jetzt hier nach einer gewissen Erholungsbewegung durchaus nochmal eine gewisse Abverkaufswelle sehen, die dann aber, und das ist aktuell definitiv meine Meinung, im Bereich von 3.850 Punkten ihren Boden finden sollte. Alternativ müssen wir aber im Hinterkopf haben, wenn dieses Level bricht, dann sind wir zurück im Bärenmarkt. Technisch sehr eindeutig ist der Nasdaq 100. Auch hier haben wir vergangene Woche die 200-Tage-Linie abgeholt. Haben hier auch eine sehr schöne Reaktion bekommen im Nasdaq, sind jetzt bereits 2% im Plus. Kann man natürlich drüber nachdenken, ob man dann hier seine Absicherungen einbaut, wenn beim Nasdaq hier wirklich dieses Level brechen sollte, weil die Downside dann durchaus nicht zu verachten ist. Und wichtig ist auch, dass du erkennst, dass der Nasdaq hier wichtigen Widerstand hat bei den 12.200 Punkten. Das ist das Kernlevel beim Nasdaq. Wenn wir hier ausbrechen, dann kommt zumindest mal ein Run an diesen übergeordneten Abwärtstrend. Das wären hier ca. 12.400. Und ein Ausbruch ist dann hier wie beim S&P 500 erstmal Szenario Doppeltop. Wenn wir ausbrechen, 13.2 bis 13.6. Da sprechen wir drüber, wenn es soweit ist. Insbesondere, wenn es der Nasdaq schafft, hier wirklich die 12.200 Punkte rauszunehmen. Den beißt er sich nämlich hier so ein bisschen die Zähne aus. Und warum es durchaus wichtig ist, vor allen Dingen, wenn du hier investiert bist, im Nasdaq drüber nachzudenken, ob man sich unter der 200-Tage-Linie hier nicht ein bisschen absichert zur Downside. Das ist einfach, weil du hier deutlich mehr Potenzial hast. Allein schon die 50-Tage-Linie wären nochmal 2%. Die Golden Pocket, hier ist die Golden Zone eingezeichnet von dem Tief ans Top, wären ca. 4%. Und wenn der Nasdaq nochmal runtergeht unter der 200-Tage-Linie auf diesen übergeordneten Aufwärtstrend, wären es ca. 8%. Downside-Potenzial. Ihr seht also, es war wichtig, den Support zu kaufen im Nasdaq 100. Hatte ich aber auch darauf hingewiesen. Der muss dann auch wirklich halten, weil der Nasdaq dann durchaus schärfer abkorrigieren kann. Musst aber auch auf dem Zettel haben. Selbst ein Nasdaq von 11.000 Punkten. Der Anleihenmarkt signalisiert es ja auch. Wir haben ja eingangs drüber gesprochen. Zehnjährige Staatsanleihe gegen den Nasdaq. Da ist in etwa hier das Signal, dass er hier stehen sollte. Und wenn sich der Anleihenmarkt eben nicht beruhigt oder im Zweifelsfall die Zinsen sogar nochmal steigen, dann wird er hier auch runter müssen. Würde sich dann aber übergeordnet, und da sprechen wir auch schon seit einigen Videos drüber, sich lediglich ein weiteres, höheres Tief abholen. Und dann natürlich hier nochmal einen herrlichen Einstiegszeitpunkt geben. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zum Natural Gas Futures Preis. Und er hat sich ja seit den 52 Wochentiefs extrem erholt. Um 40% gestiegen. Das Tief war bei 1,96 Dollar. Heute haben wir gesehen, 2,74 Dollar hat sich jetzt hier ein Doppeltop abgeholt mit den Kursen vom 1. Februar 23. Und das müssen wir jetzt genau beobachten, ist jetzt hier in der Zone zwischen dem 88er und dem 78er Fibonacci und findet hier Widerstand. Sucht sich jetzt aber Support beim 78er Fibonacci, dieser Downside. Und vor allen Dingen an der wichtigen horizontalen Zone hier bei 2,60 Dollar. Und das kann natürlich jetzt schon halten, wenn wir hier sehen, dass wir zuvor Support hatten, Widerstand, Widerstand. Und jetzt bist du hier wieder. Und du siehst vor allen Dingen heute ein WIC und welchen gleitenden Durchschnitt. Vor allen Dingen, wer hier kurzfristig unterwegs ist in diesem Markt. Was man jetzt beobachten sollte, was dann auch ein Warnsignal wäre, wenn er bricht, das ist hier die 20er Linie im 4-Stunden-Chart. Das ist generell ein wichtiger gleitender Durchschnitt. Da haben wir auch im Kryptobereich immer wieder drüber gesprochen. Und wenn du hier eine Bewegung bekommst, dass wir durchbrechen würden, dann potenziell hier ein lokales Doppeltop, dann kann sie nochmal zu einer scharfen Abverkaufsbewegung kommen. Das wäre dann auch für mich durchaus nochmal ein interessanter Einstieg, wenn wir hier in den Bereich zurückfallen nochmal von 2,40 Dollar. Wir haben hier auch noch eine Kurslücke von dem Kontraktwechsel übergeordnet. Natürlich meines Erachtens hier durchaus ein Tief jetzt im Markt. Das müssen wir beobachten, ob dann eben im weiteren Verlauf hier diese 2,40 Dollar wirklich halten. Wenn die nochmal brechen, dann muss man den Gasmarkt nochmal komplett neu bewerten. Aber durchaus jetzt eine interessante Situation. Wer hier mutig ist und was probieren möchte, kann hier was wagen. Allerdings hab bitte dann und das bitte nur machen, wenn du wirklich an den Charts sitzt und die 20er Linie im 4-Stunden-Chart auf dem Schirm hast. Solange die den Kurs jetzt trägt, kann er hier entweder die 200er Linie anlaufen im 4-Stunden-Chart oder gar die 3 US-Dollar. Sobald wir hier aber den Trendbruch sehen des 20er Durchschnitts im 4-Stunden-Chart, kommt es hier zu einer tieferen Korrektur. Bewerten wir jetzt sowieso wieder regelmäßig den Gaspreis auf dem Kanal. Und diese Zone zwischen 2,40 und 2,35 halte ich aus aktueller Sicht dann durchaus für einen interessanten Punkt nochmal einzusteigen. Wir kommen zum Bitcoin im 4-Stunden-Chart und hier ist jetzt wichtig, dass wir zwei Trendlinien auf dem Schirm haben. Der Bitcoin ist jetzt ausgebrochen aus so einem sehr steilen Abwärtstrend, den wir hier gesehen haben seit den Tops bei 25.000. Bewegt sich jetzt auch langsam, aber sicher nochmal aufwärts. Wir haben jetzt hier eine Aufwärtstrendlinie, die diese Konsolidierung, also den letzten Besuch an der Downside dieses Trendkanals verbindet mit der aktuellen Konsolidierung. Warum grenzt sich denn Bitcoin hier so eng ein? Es gab heute eine Meldung bei Unusual Wells, einen Tweet und zwar hat das Forbes-Magazin offensichtlich bekannt gegeben, dass Binance Kundengelder in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar Zweck entfremdet hat. Man muss das jetzt hier noch ganz mit Vorsicht genießen. Ich habe jetzt noch nichts Offizielles dazu gelesen, aber das kann natürlich hier schon zum Problem werden. Vor allen Dingen, wenn wir uns erinnern, in einer nahezu ähnlichen Konstellation Konsolidierung, aufwärts gerichtete Konsolidierung, und die sieht auch fast deckungsgleich aus, war das hier im November 2022 der Beginn des FTX-Crash und ich hatte schon mal darüber geredet, dass das hier so ein bisschen aussieht wie der große Bruder dieser Preis-Action. Also wir haben das ganz genau im Blick. Erstes Warnsignal beim Bitcoin, wenn diese lokalen Tiefs hier brechen bei 22,7, wenn er hier dieses tief rausnimmt bei 21,5 und wir wissen ja in etwa, wo uns eine Konsolidierung hinführt. Ein Backtest der 20.000 US-Dollar wäre ein Backtest der 200-Tage-Linie und des Zyklustops von 2017 und ein Rücksetzer auf etwa 18.000 US-Dollar wäre lediglich, muss man sich auch vor Augen führen, wie extrem die Rally war, ein Backtest des übergeordneten Aufwärtstrends seit den 52 Wochentiefs. Übergeordnet natürlich, eine interessante Situation, sobald er hier diese Herzlinie rausnimmt von diesem Trendkanal, das wären Kurse über 23.600, hat er hier natürlich auch nochmal jederzeit Potenzial, die lokalen Tops anzulaufen und ein Breakout, sprechen wir natürlich auch drüber, der Vollständigkeit halber, über 25.000, schau mal auf die linke Seite, da kommt lang nichts, wäre dann nahezu ohne Widerstand versehen bis in den Bereich von 30.000 US-Dollar und schreib mir mal sehr gerne in die Kommentare, ob du von dieser Sache heute bei Binance auch was gehört hast. Ich bedanke mich vielmals, dass du das Video bis zum Schluss gesehen hast, schau mal in die Videobeschreibung, dort findest du die Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 10xTrading, dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo ich täglich Marktanalysen poste und du dich mit vielen Gleichgesinnten austauschen kannst. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage ciao.